Jetzt kommen die letzten zwei, momentan führend in unserem Wettkampf, Jens Tapp und Florian Trimpel. Auch für die zwei, 120, 140, 160, 180 Kilo. Bestleistung, nach wie vor, Igor Werner mit 18,92 Sekunden für alle vier Kumpel. Sind wir gespannt, ob die zwei das schaffen. Ui, das ist natürlich eine große Korrektur. 18,02 für den Igor. Das ist in dem Sport schon ganz viel. Das ist natürlich auch ganz schwer zu schlagen. Aber wir haben noch den Jens und den Florian, die zwei, probieren wir es jetzt. 18,02. 16, ne? 15. Komm Jens, ran hier! Jens, der Steiging. Ja, der macht das jetzt, ne? Los, ran hier! Komm schon da! Komm Jens, Mann! So, alles bereit. Die letzten zwei Teilnehmer. Los! Hoch damit, los! Tapp, tapp, tapp! Das steht schneller, schneller! Schneller, 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 scheiße! Hoch damit, los! Los! Scheiße! Und oben ist er. Sauer! Schatz, hoch, jetzt, los! Hoch damit, los! Was soll denn das? Los, hoch, hoch! Sag nochmal, los, hoch! Und oben, jawohl! So, jetzt helft ihm jetzt meine letzten Tüge. Hoch, los, los! Das ist wichtig! Hoppa, hoppa, hoppa! Hoch, hoch! Ja, ja, ja! Los! Scheiße! Danke, du Scheiße!